Hallöchen YouTube, hier ist wieder euer Koti XD und willkommen zu einem kleinen, aber feinen Info-Video... Oh, mal wieder ein kleines Info-Video... Ich habe mir etwas vorgenommen, das habe ich ja schon im anderen Info-Video angekündigt, zwar für SG, aber jetzt habe ich es halt umgesetzt in Bad Wars. Ich habe einen Bad Wars Clan gemacht, sag ich mal, ich habe es bei Prox TF gesehen, der hat auch einen Clan und macht ständig Clan Wars und das fand ich immer so... Ich finde seine Videos immer richtig geil, wenn eine Clan nur aufnimmt. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du auch einen Bad Wars Clan auf? Ja, äh, Website ist schon on the way, also die schon fertig, die muss zwar noch bearbeitet werden, aber Grundidee steht halt, Regeln, Werbung, alles auf dieser Website. Ich werde die unten in der Beschreibung auch verlinken, von daher, ich bin jetzt auch eine Runde... Ähm, Dash wegen, denke ich mir, dass das alles auch recht gut laufen wird. Mit diesem Clan und, ja... Äh... Wird auf jeden Fall ein geiler Start. Es kann sich jeder bewerben, der 50 Wins hat. Das heißt, äh, wenigstens ein bisschen Erfahrung bringt. Es ist auch ein Clan für Anfänger. Ich meine, 50 Wins schafft an, äh, hier relativ schnell... Man braucht ja im Prinzip auch immer nur einen guten Teamkameraden. Dann haben wir noch die 50 Wins immer schön recht schnell zusammen. Das habe ich auch schönes Hintergrund, Let's Play. Und, ja... Vielleicht werden wieder ein paar alte Bekannte von einem Kanal aus anderen Videos auch in den Clan kommen. Mal gucken, ob die darauf Bock haben. Wer Bock drauf hat, Leute, wenn ihr das still sieht, gerne. Ihr seid herzlichst eingeladen. Und, ja, alle anderen natürlich auch. Keine Hemmungen. Äh... Wirklich nur die Bedingungen. Mindestalter 11. Jahre alt. Und, ja... Das war's auch eigentlich schon mit dem Info-Video. 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 Ähm... Wie gesagt, alles in der Clam... Ach, Clam. Alles in der Videobeschreibung. Ich habe auch einen YouTube-Kanal erstellt. Der Clam-Name ist... Dimension. Dimension. Und das zweite E ist eine 3. Also... Vielleicht werde ich es jetzt auch nochmal einblenden. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, wie ich es mache oder nicht. Haha. Ähm... Und... Ja. Ich hoffe, ein paar von euch werde ich da sehen. Und... Ja. Und... Ich hoffe... Ihr habt Spaß daran. Es werden natürlich auch Clan-Wars kommen. Die würde ich dann auch aufnehmen. Und... Ja. Vielleicht auf zwei Kanälen hochladen. Einmal auf den Dimension-Badwars-Clan-YouTube-Kanal und auf meinem. Und dann würde ich auch schon sagen... Danke, Leute. Und... Schönen Tag noch. Und... Schöngmatter!